Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, heute ist der 17. Juli 2022. Es ist 10.08 Uhr, ich bin heute um 8.30 Uhr wach geworden und lag dann aber noch und hab ein bisschen im Internet gesurft, Vlogs geschaut, YouTube-Videos geschaut und dann hab ich gesehen, oh, der Benni spielt Fortnite und ich bin noch nicht bereit zum Mitspielen, kacke. Und jetzt war ich gerade im Bad und hab gerade ein Ei auf dem Herd gelegt, also in den Topf, damit das kocht, damit ich dann ein Frühstücksei hab. Und jetzt bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle, um 12 ist ja der Stream und ich würde aber gerne mitspielen, aber irgendwie will ich aber auch frühstücken und zeitlich ist das manchmal nicht so einfach. Nicht so easy und so spontan bin ich ja dann auch nicht und ach, hör bloß auf, die Haare liegen auch wieder nicht, wie sie sollen. Ja, geschlafen hab ich gut, war irgendwann mal um 4, glaub ich, wach, da liefen unten irgendwelche Jugendlichen lang und da ich oben auf dem Balkon meine Tür offen hatte, hab ich die lautstark reden, hören und bin dann davon wach geworden, bin aber relativ schnell wieder eingepennt. Ja, und mal gucken, gestern wurde es ein bisschen später, ich hab gestern noch um halb zwölf mit André gesprochen, mit dem ich ja jetzt Ende September bis Anfang Oktober ein paar Tage in Dublin verbringe. Wir haben uns mal angeschaut, was wir so machen wollen. Unterkunft, An- und Abreise haben wir schon, aber das Programm als solches, was wir dann vor Ort machen, ist noch nicht geklärt. Wir haben gestern ein paar Sachen besprochen, das, was wir uns vielleicht angucken wollen, das, was wir vielleicht nicht angucken wollen. Und, ja, dann war es irgendwie halb eins, halb viertel eins, haben wir gesagt, so, jetzt erst mal pennen, wir hören uns morgen wieder. Ja, und das ist der Plan, auch dann heute so gegen halb vier um vier ein bisschen Fortnite zu zocken. Und, ja, von zwölf bis fünfzehn Uhr ein bisschen Horizon verbinden wir es. Gestern hab ich ja sechs Stunden gestreamt, die Zeit verging wie im Flug und ach komm, noch eine Stunde, ach komm, machen wir noch eine Stunde. Ach, eine Stunde geht noch und dann war es schon um sechs, aber das war schon okay, das war gut. Ich hab sogar auf Stream, nachdem ich gegessen hab und ein bisschen Serien geguckt hab, sogar noch ein bisschen Traveller's Rest weitergespielt. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, werde ich jetzt mal schnell frühstücken und dann mal gucken, ob noch die Fortnite-Runden laufen oder nicht. Und wenn sie noch laufen, gehe ich noch dazu und wenn nicht, dann war ich zu langsam. Naja, kennt man ja von mir nicht anders. Gut, also, ich mach's heute kurz und knapp, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, habt einen schönen Tag. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns vielleicht später beim Vlog, äh, beim Stream und sonst morgen vielleicht beim Vlog. Also, bis dann, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.